Er folgt seinen Instinkten. Der nutzt das jetzt aus. Sie ist beschäftigt und isst. Jetzt kann er sich mit ihr paaren, ohne dass sie das merkt. Sie kann sich jetzt auch nicht wehren. Schätzelein, machst du nur Trockenübungen, dann wird das nix. Ich glaube, jetzt hat er sich doch fürs Essen entschieden. Ich glaube, jetzt hat er sich doch fürs Essen entschieden.